Der Wahnsinn geht weiter. Welt 7 steht an. Und ich habe lange nicht mehr gespielt, weshalb die Störung gerade verdammt awkward ist. Aber... So, als ich weiter stören, auch der Blindschirm gerade war nice. Da habe ich mich einfach reingebuckt. Okay. Okay, einfach schon mal Game Over. Das ist ein guter Einstand. Warum habe ich mich da reingebuckt, hä? Ja... Das war gut. Durchaus. Und wir steuern ja auch aufs einjährige Kanaljubiläum zu. Also von The Legend of Eric. Den Kanal gibt es ja schon ein bisschen länger. Dieser Fuckwind! Seit März 2013 existierte. Auch mit Videos. Habe bloß dann vor einem Jahr knapp entschieden, die Video Art zu wechseln. Und von diesem... Kann man das Comedy nennen? Keine Ahnung. Aber von dem... mehr Real-Life-basierten... Stuff zu... Alter, was? Äh! Wow! 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 Seid ihr alle bekloppt? Da oben ist Wetten in Secret drin? Ja sicher! Habt ihr noch ein Problem? Wo soll ich denn hin? Ja... Hä? Das war ja unmöglich. Da konnte ich ja nichts machen. Ach... Toll! Komm du mal mit! Seems legit! Ey Mann! Was ist denn das für ein Rotz? Ganz im Ernst! Warum programmiert man so ein Dreck? Nintendo immer so... Ja, Spiele müssen Spaß machen! Ja, lol! Damals wohl nicht, oder was? Kannst du deinen Kumpel bitte wegkicken? Danke! Nintendo in den 80ern! Scheiß auf Spaß! Scheiß auf Spaß! Meinen Sie im Ernst! Das ist wirklich ein bisschen verrückt! Hat sich ein bisschen geändert, ne? Sowas würde ich heutzutage echt kein Schwein mehr holen. Weil es einfach für die heutige Generation zu schwer ist. Oder weil wir einfach alle scheiße sind. Wir meine ich nicht euch und mich, sondern mich und mich. Ich rede gerne mit Majitätsplural von mir. Alter! Weg! Ey! Du kleines, blödes... Schildkröten-Exkrement! Das ist es! Alter! Reiß dich zusammen! Rip yourself together! Ich esse hier so ein Partout, in dem ich einfach nichts schaffe. Habe ich jetzt eher weniger Bock drauf? Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh mein... Alter, das ist hier... Boah! Rip alles! Habe ich ja nicht auf Springen gedrückt oder so? Nee! Mh mh! Gar nicht! Wollt ihr nicht bloß da rüber zu diesem Block? Mh mh! Nene! Ist in Ordnung! Oh right! Ich hasse es! 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 Warum, let's play ichs dann!? Ist einfach. weil ich es nicht abbrechen will. Weil so schwer ist es dann auch nicht. Ich muss mir eine andere Begründung einfallen lassen. Was geil ist, ich habe doch 15 Minuten zum Aufnehmen. Dann habe ich keine Zeit mehr. Das heißt, wenn ich in diesen 15 Minuten nichts schaffe, dann kann ich auch einfach die Aufnahme wieder löschen, weil da nichts passiert. Warum ist denn da plötzlichen Wind? Was? Hier ist keiner. Hier immer noch nicht, immer noch nicht. Und plötzlich hier schon. Jetzt ist da auch einer. Okay. Spiel, mit welcher Logik verfolgst du so die Welt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ey, die Stelle ist auch für den Arsch, ganz spannend im Ernst. Musst sie sich so ganz langsam so durchschleichen einfach. Tür. Was? 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 Das mache ich gleich zu einem Gif und teils auf Twitter. Ganz im Ernst. Was? Was? Ich bin von einem nichts getötet worden? was ich war ich war da die Koopaschelle ist vor mir schneller als ich oder sogar vielleicht die gleiche Geschwindigkeit aber sie war ja vor mir nach rechts geglitten und hat mich getötet hat die eine Aura oder was so eine Todesaura anders kann ich mir das nicht erklären ich bin komplett verwirrt also ok was das muss ich mir in der Aufnahme nochmal anschauen kriege ich das nochmal hin ne aber die die ist da voll komisch weggelebt ich habe das gesehen die ist da so ein bisschen gelebt hat als ob die so einen so einen schlechten Ping hat oder einen hohen Ping oder die fällt da mega seltsam runter wegen dem Wind oder was hä ich bin doch hä ich bin scheiß auf Wind der mich eigentlich wegdrückt ok ok das Spiel ist komplett tot ich weiß nicht was ich mit der Cartridge angestellt habe aber hä wo ist denn der andere ok jetzt ist alles verrückt der rote Cooper das laufen nicht von Plattformen die laufen immer hin und her wo ist der zweite rote Cooper die grünen die rennen auch immer irgendwo runter hier war ich schon guck dir der läuft nicht rum wo hey was ein nichts tötet mich und ein Cooper begeht selbstmord wassup jetzt sind sie wieder beide da ein Cooper und Mario beginnen selbstmord was ist los mit diesem Spiel ich glaube ich hab's zerstört und zwar komplett mit Bril hab ich's ausgewaschen und daraus ist nichts gutes ich höre schon auf ich hab's verstanden dieses Symbol war eine Metapher für mein Leben werdet ihr auch ständig von fleischfressenden Pflanzen aufgegessen mir geht es so okay das ist heilig okay egal was in diesen zwölf Minuten jetzt noch knapp passiert aber was auch immer das gerade alles war ich blick nicht durch ich verstehe das nicht also hat da jemand eine Erklärung für stimmt ich raste aus irgendwas ist komplett kaputt irgendwas stimmt nicht aber jetzt war er wieder ich bin ich bin einfach zu doof wo Ich meine ja, dass die vielleicht unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeiten kommen Ist klar, wenn man den Bildschirm anders triggert Ist ja in der einen Bowser-Festung auch so gewesen Aber trotzdem ist der Koopa ja da Der ist ja dann nicht verschwunden Der ist ja da, der kommt dann bloß mit einem anderen Abstand als jetzt hier Der ist trotzdem da, ich hab's auch gesehen Der ist an der Kante ja umgedreht Ich Ich hab das Spiel kaputt gemacht Ich soll stolz auf mich sein Das Spiel hat's nicht anders verdient Das Spiel ist Physik-Engine Ist etwas Verratenst Diese Pflanze Beißt sich hinter den Baum Okay, ich hör schon auf So lange bin ich seit zwei Jahren nicht mehr gekommen So lang Alter Ich Bin mir nicht sicher, was los ist Ah Was Ich hab mich auch noch nicht geschafft, die auf den Kopf zu drehen Aber ist ja in Ordnung Ich 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 kann mich nicht konzentrieren Das Ich Ich verstehe nichts mehr, was hier ab geht Wirklich Gar kein Gar kein Verständnis mehr Was Geht Ich hasse das Ich hasse Was geht mit der Welt ab Das war irgendwie auch ein bisschen gewagt jetzt Alter Ich knall Irgendwas kaputt hier wirklich Das kann auch wieder zweideutig Ey, ne Ey, ne Was Ich bin Ich mein Ich trinke jetzt einen Schluck, es geht nicht anders Tut mir leid Normalerweise möchte ich das ja eigentlich in Aufnahmen vermeiden Aber Ich Bin einfach gerade zu doof zum denken Und da hat es noch ein bisschen was zu trinken Kennen noch nie geschah Ähm Ja Ich bin mir sehr sicher, dass wir in den 8 Minuten die Welt noch schaffen Äh Die 3 ersten 3 Level Das Schloss hebe ich mir natürlich wieder auf Ich meine, wenn das hier das erste Level ist Ich glaube, ich habe es schon was wieder geschafft Ähm Wie soll das Schloss aussehen? Ich möchte es eigentlich gar nicht wissen Wenn ich mal ganz ehrlich bin Ihr kleinen Verrückten Ich will da runter Was? Warum? Egal 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 warum Egal warum Egal warum Einfach durch Ihr könnt mich alle mal Was? Was ist das? Alter, ich Verstehe Nichts Bumm So Einer weg Komm, geh hoch Ich bin des Todes Bumm Gut, dass das ein Stern ist Macht diese ganze Angelegenheit hier Ungefähr 5 mal einfacher Alter, spammte die Hammer raus Keine Chance Sonst kommst du nicht durch Das geht gar nicht Erklär mir bitte mal einer Wie so eine dumme Schildkröte So schnell Hammer werfen kann Das machen die normalerweise nie Im Real Life Wie Wie soll man sich das vorstellen Wie soll man sich das vorstellen Es ist also langlaufen von rechts nach links Okay Aber Der Rest ist halt Bin ich gesprungen oder so Nö Ja gut Checkpoint ist zwar weg Wird Nein Hör auf Aber Ich weiß jetzt ja, dass das ein Stern ist Was die ganze Geschichte ja ein bisschen Entschärft Möchte ich meinen Okay Okay Das war Ich knall durch Ne Ich will jetzt gar nicht singen Habe ich einfach gar keinen Bock drauf Ich muss versuchen Mit diesem Stern Einfach So weit zu kommen Und dann Kannst gleich in der Tonne treten Ich brauche nicht zu dem Checkpoint kommen Mit zwei Leben Das bringt es nicht Das brauche ich überhaupt nicht probieren jetzt Ja jetzt natürlich klappt es Ist klar Genau Genau Jetzt auch immer Okay 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 Ich wusste Dass da oben irgendwas drin sein muss Aber An der Stelle habe ich damit nicht gerechnet Zumal ich ja nicht die Blöcke schon mal untersucht habe Und da nichts war Und ich den einen Blöcke anscheinend übersehen habe Oder ausgelassen habe Besser gesagt Okay Ich trete irgendwas kaputt Alter Wenn das so weiter geht Ist es bei Weihnachten auch noch Mit dem Spiel da umgegangen Aber Dann hat es wenigstens das Privileg Auch mit dem neuen Mikro aufgenommen zu werden Darauf würde es sich bestimmt Über freuen Das Spiel Scheiße Scheiße Genau Schön dass der da gar nicht ganz knapp drauf Meist mich durch die Gegend Ich werde dann ein wunderbares neues Mikrofon haben Mit dem endlich Das Aufnehmen leichter ist Und alles Viel flüssiger von der Hand geht Und endlich auch Together Let's Plays Endlich wieder möglich sind Ich gebe jetzt zum Beispiel nichts gegen Races Gegen irgendwelche Leute Wie Donkey Marvin Und andere Ich krotze auf den Tisch Und leckse danach auf Das ist verdammt eklig Das ist verdammt eklig Aber ich würde es tun Ist dem Panzer auch wurscht Ob da ein Wind ist So weit geht die Physik hier nicht Der Panzer kann durch die Luft Einfach durch Wahrscheinlich weil der so Aerodynamisch Geformt ist Mario Der ist ja bloß fett Der Okay er ist nicht fett Er ist dick Dicker Als Luigi Aber nicht so Vario ist fett Das kann man sagen Lass es nicht mal abwerten Das ist einfach die Wahrheit Pass auf Jetzt kommt ein Skill Run Ich bin fast auf die Safe Steady-Taste gekommen Ich habe sie schon Eigentlich gedrückt Aber nur so seitwärts Weshalb sie nicht gezählt hat Was jetzt absolut Behinert klingt Aber es ist leider wahr Buff Neuer Sprung Für sie Ich Kotzel Dieser Unterschied Ist viel zu groß Alter ne Wenn du die ganze Zeit Mit diesem Fucklein Mario spielst Und plötzlich Kriegst du aus irgendeinem Grund Den großen Dann kommst du damit nicht Klar plötzlich Mit dem Wind Und dazu Das ist ein Kompl Das ist ein anderes Spiel Das ist ein anderes Spiel Der große Mario Kommt dann nur so ganz Mit dem kleinen Mario Hätt das funktioniert Das ist wirklich Das dümmste was ich je Was mir je passiert Es tut so schlecht Wie du Oh Noch zwei Minuten Aufnahmezeit Geil IGN Approved 10 out of 10 Best Part ever Aber ich lade den hoch Weil ich den hochladen muss Weil ich keine Zeit habe Den neuen aufzunehmen Da kann ich nicht einfach durchrennen Sehe ich jetzt erst Ich bin so gut Wumm Und ich wollte gerade schon sagen Hey wir schaffen das Level Vielleicht doch noch heute Nö Schaffen wir nicht Nö 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 Ich Möchte Irgendwen Vom Entwicklerteam Schlagen Oder erwürgen Oder diesen Koopa Meinetwegen auch Hab ich jetzt nicht so ein Direktes Problem mit Das Ding ist Das Level ist verdammt lang Und es ist dann da An der Stelle wo ich Vorhin verreckt bin Immer noch nicht zu Ende Okay Game Over ist eigentlich Ein guter Okay wir machen noch Bis zum nächsten Game Over Okay Gut Das werden wir auf jeden Fall Bis dahin geschafft haben Da bin ich mir Schon beinahe Ganz 100% sicher So ungefähr Liegt bei 0,0% Die Wahrscheinlichkeit 0 ist ja fast 100% Fehlt ja nur Eine 0 und eine 1% Deswegen Ja 10 mal 0 ist 100% Das weiß man ja So Wäre voll logisch Wenn 10 mal 0 ist 100% Also ich meine Jetzt beim Ernst Da ist eine 10 und eine 0% Also sozusagen 10 mal 0% Naja Egal Das ist Mathe Das hat hier nichts zu suchen Warum hat die Kugel Die Station Jetzt keinen Bock zu Gott sagen Alter du verfehlst mich nicht Ich bin jetzt viel besser weggekommen Viel besser Ihr Krankenschweine 1 up Was Also wenn das so ist Ähm Okay passt auf In diesem Part Hatten wir Ein Was ist denn das Ein Tod durch Nichts Wir hatten Okay Ein Tod durch Nichts Abgefuckte Szenen Und ein geiles Finish Das ist doch gut Oder Save and Quit Danke fürs Ansehen Dieses unglaublich Guten Part Äh Meine Prognose Von 13 Parts Für das Spiel 15 Parts Ist hiermit also Offiziell gescheitert Haha War sich vorher auch schon Aber ich war optimistisch Jetzt nicht mehr Gut Danke fürs Ansehen Bis zum nächsten Mal Macht's gut